hallo grüß euch liebe lebenswerte freunde über 870 menschen in dieser gruppe wenn ich die gruppe auflösen wollte oder möchte müsste ich 870 menschen einzeln löschen und dann selber als administrator aussteigen das ist mir wahrlich zu heavy darum habe jetzt daraus eine geheime gruppe gemacht die von außen nicht sichtbar ist und wo dann nur die leute da drin sind gelegentlich eine nachricht bekommen ich werde die gruppe übergeben dann so ich habe jetzt momentan den impuls dazu im bolk zum 2.2 maria richtnes 2017 der garten eden hier in hackenbuch wird neu auferstehen in seiner ursprünglichen form wie ich ihn mal als vision da gehabt habe und nicht wie man dann letztendlich gemacht haben also mit einem durchmesser von 24 metern habe ich die vision einen riesengroßen weiden dom aus diesem garten zu machen es wird ein heilungsgarten werden und es wird ein konzept geben wo viele menschen wenn sie wollen mitwirken können so auch ein bisschen im sinne der solarie der solidarischen landwirtschaft dazu wird es dann eine fanpage geben und die werde ich hier in lebenswerte in der lebenswerte gruppe dann mitteilen und jeder den das interessiert und der da irgendwo mitwirken möchte der kann dann in diese andere gruppe respektive auf diese aktivitäten seite wechseln und dann werde ich nach und nach die lebenswerte hier einfach ganz ruhen lassen bis dorthin aber wünsche ich dir wünsche ich euch ganz 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 schöne besinnliche feiertage ein geruhsames fest ein stressfreies fest ein fest ohne hetze ohne großen konsum einfach in der liebe und im frieden sich auf die werte des lebens besinnend und ja ich freue mich auf die auf euch nächstes jahr im neuen wirken in einem neuen daseins kleid und ja ich freue mich auf alle fälle wünscht da wunderschöne wunderschönen jahreswechsel kongodume baba arrivederci namaste